Kommen die Puschen, haben sie gesagt, aber achte auf deine Sicherheit. Hab Sonne im Herzen. Mach was mit Zukunft. Dreh dich nicht im Kreis. Sei nicht so antriebslos. Mach was, das Menschen verbindet, erleuchtet. Du hast was auf dem Kasten. Ja, ich hab's gecheckt. Mach ein Praktikum oder am besten gleich eine Ausbildung im Elektrohandwerk.